Heute habe ich so ein Glück, heute hat mein Bruder einen freien Tag. Es hat endlich eine Zeit für mich. Wenn Sie mir wissen, ich komme aus Oberösterreich. Und wenn ich meistens heute da bin, habe ich auch Arbeit dabei. Der ist ein Oberkönner, gell? Und heute sind wir schon unterwegs gewesen. Fusselsee waren wir vorbei, haben wir gefahren. Wir sind in St. Kielten, Weihnachtsmarkt haben wir angeschaut. Und zum Abschluss haben wir das und das noch. Kaffee und Apfel drüber lassen. Dann wären wir eh schon wieder langsam heimfahren. In die Stadt rein. Gell? Okay, jetzt sage ich vierte euch. Fred, ich sage auch vierte. Viert, ich.